Hallo, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und heute kochen wir Gemüse gebraten mit Sojabohnenpaste. Na dann, los geht's! So, zuerst machen wir das Gemüse-Spülen. Und danach einfach schneiden, gell? Einfach seck, seck, seck. Muss nicht so viel denken. So. Einfach so. Und der letzte Mohl. So. Und dann, Chili, mach einfach ein bisschen. Zum Drücken machen. Ein bisschen schneiden. Ich, ich mache gerne nicht so scharf, darum, ich, ich mach einfach nur drei Stück. Das gleich schon. Das scharf genug. So. Mach so. Und die Knopfbrau. Wir brauchen nur eine. Ein bisschen kleiner. Das reicht schon. Dann machen wir hier. Die Schale ist auch weg. Weg. Und auch Kopfnacken. Einfach so. Das gleich. So. Wenn das Öl ist heiß, dann wir nehmen einfach die Knopfbrau und die Knopfbrau rein. Dann, danach unsere Gemüse. Knopfbrau rein. Einfach gewagen. Nehmen gewagen. Und dann schnacken. Die Knopfschne, die sich den Karten und die Knopfraue zu machen wie das ist. Und die andere Soße Wecker, Wein, und Zucker. So. Mache einfach schnell Ja, wir machen einfach gewartet noch 2-3 Minuten, dann ist es schon fertig. Das ist sehr gut. Schaut gut aus. Okay, schauen wir mal an, die Salzung probieren. Wahnsinn, schmeckt wie zu Hause und ich hoffe, dieses Video hat dir Spaß gemacht. Bitte, vergeht nicht meinen Channel zu abonnieren. Ciao, ciao, wir sehen uns wieder. Svonika!